... um es hier gelegt, nämlich um das selbste Stimmungsweck der Frauen und die Diskriminierung. Daher! ... noch keine Ordnerinnenweste haben. Hier gibt es noch Nachschub. Bitte holt euch hier Ordnerinnenweste. Ich danke euch herzlich dafür, dass ihr diese Verantwortung für uns mitträgt. Ich danke euch allen herzlich. Ich danke euch allen. Liebe Brüder und Schwestern, ob im Glauben oder in der Menschlichkeit. Ich freue mich, dass so viele erschienen sind heute, dass so viele solidarisch sind und begrüße euch ganz herzlich im Namen der Organisatorinnen. Wir stehen allen für Gerechtigkeit, für Selbstbestimmung und gegen Diskriminierung und Rassismus. Ich möchte auch noch einmal an den Ort hier erinnern. Ich danke euch allen. Untertitelung des ZDF, 2020